Am 6. März sind Kommunalwahlen. Der Landdill-Kreis wählt den neuen Kreistag. Wetzlar zusätzlich ein neues Stadtparlament. Wählen Sie national, wählen Sie demokratisch, wählen Sie deutsch, wählen Sie NPD, Liste 7. Wir sind das Sprachrohr für deutsche Interessen. Wir wollen Ihre Bürgerrechte stärken. Wir wollen die Diktatur von oben in Ihren Gemeinden bekämpfen. Wir wollen Ihnen wieder Ihre Macht bewusst machen. Wir kämpfen für Volksabstimmung. Demokratie bedeutet, das Volk sagt, wo es lang geht. Wir sind das Volk. Sie sagen, wo es lang geht. Wählen Sie NPD. Wir wollen unsere Kultur in ihrer Vielfältigkeit leben. Wir Deutschen wollen keine Minderheit im eigenen Land werden. Wir wollen keine islamischen Parallelgesellschaften. Wir wollen Frieden in unserem Land. Wir von der NPD wollen deutsche Familien schützen. Wollen unsere Jugend fördern. Wir von der NPD wollen Zukunft für unser Volk. Wählen Sie NPD. Listen Platz 7. Misstrauen Sie den etablierten Politikern. Verpassen Sie diesen einen rechten Haken. Lassen Sie sich nicht weiter zurückdrängen. Leere Versprechen hatten Sie jahrzehntelang. Lassen Sie sich nicht weiter maßregeln. Lassen Sie sich nicht weiter ausmerken. Zeigen Sie die rote Karte. Wählen Sie die Stimme der Heimat. Die Stimme des Volkes. Ihre Stimme zählt. Setzen Sie am 6. März ein machtvolles Zeichen und gehen Sie wählen. Wählen Sie NPD.